Das Entsetzen in den Gesichtern der Ladies weist darauf hin, dass ihr bekannt seid. Ja, und die Scham in den Gesichtern mancher Männer darauf, dass ihr das auch seid. Oh, wäre ich doch nur eine Hure. Dann wäre ich vielleicht so reich wie Gräfin Musgroff, die vermutlich dies erschöpfter ist. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo? Nicht hallo? Hallo, 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 hallo? Wer zur Hölle ist das? Keine Ahnung.